und zwar wie gesagt lang als bekommen wir irgendwie noch nicht ist halt da ein bisschen bisschen schwer und an den rand kommt okay arbeiten wir uns vielleicht da war die form schon mal erst in der wüste sind oder ob wir erst hier oben bleiben haben nämlich forschungslabor noch naja wie machen wir jetzt weiter wie machen wir weiter und haben wir natürlich auch einige sachen sogar eine überwachungs drohne würde fast sagen dass wir echt hier oben es hier oben vielleicht weiter machen oberhalb des lang halses was haben wir hier einfallende siedlung ok also dann gehen wir noch mal zurück hier zum lagerfeuer also nächste schnellreise paket diesmal im eimer so dann klicken wir mal die ersten sachen an wo wir hingehen beispiel hier das unbekannte stürmer areal erstmal die sind da oben muss ich mich glaube ich eher langsam und leise ran pirschen oder vielleicht können wir auch ebenso war genau es können wir die vielleicht mal scannen da neue dabei genau das sieht nicht so aus und lager vorher mal fragezeichen ist mal das fragezeichen an der mauer okay das ist in der stürmer nämlich entdeckt hat und da unten ist eine metallblume hat er das gehört oder nicht den steine ja das sieht gut aus den hat er gehört weil jetzt kriegen wir nämlich dann die metallblume direkt kaputt what oh jungen 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 scheiß dreck die krieger nicht geschockt nicht geschockt eingefroren eingefroren auch scheiße ich bin doch mit dem stürmer hier rumschlagen Das tritt auf wem anders rum hier das wieder war okay das war ein verwüster und ich weiß wieso ich die bisher umgangen habe besser war das das stürmer hat immer noch geholfen so die waffe damit nutzen können aber ich bin gar nicht aufgefallen dass er die waffe oder dass wir ihm die waffe abgeschossen haben ok das fragezeichen hätten wir mal dann haben wir jetzt das hier haben wir auch schon das ist jägerbedarf wird sagen dann bleiben wir wirklich erstmal hier oben haben wir hier nämlich ein lagerfeuer wo wir jetzt hingehen ob die stürmer haben jetzt reiß ausgenommen bei dem kampf aber nicht so ohne steckt der verwüste einfach mitten hinter der wand war immer schon in wüsten landeheber stachelschnauze eine neue stachelschnauze zumindest genau den einen wollten wir nämlich hier noch machen jetzt und trophäe immer die höchste fähigkeit dort erlangt als krieger und nächstes areal ist das hier stürmer areal oder das panzer mit dem panzer schnapper areal erst weil da haben wir nämlich auch ein fragezeichen drin ok wer ist eine drohne aber da oben ist die sogar da hinten ist auch eine ebene genau da oben ist eine ebene wo wir auch herankommen müssten noch eine zeitlauf drohne also neue überwachungs drohne das ist dann die überwachungs drohne trockensehnsucht die überwachungsdruck Scheiße. Mann. Nicht rangekommen. Yes. Beide dich, bevor sie mich sehen. So, um das natürlich abzuschließen, müssen wir natürlich wieder besser mal zurück zur Basis. Ah, warte mal, der hat ein Gerücht für mich. Meine Finger werden steif vor Kälte. Ich sehe den Streiterin, bitte. Die Tiefländer müssen westlich des Hains an der Küste gegen Rebellen kämpfen. Wenn du dem Häufling immer noch mit dem Abschaum hilfst, solltest du in Flutspitze mit Gragella reden. Wenn ich dort hinkomme, will ich sehen, was ich tun kann. Oh, 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 oh. das stimmt hier haben wir auch die nebenquests noch willkommen zurück ich verbinden natürlich erstmal die drohne so das ist jetzt mal die dritte